Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Montag, den 10.10.2022 und die DAX-Überschrift für heute ist Houston, wir haben ein Problem. Unser DAX, ihr kennt noch das Titelbild vom Freitag, ist weiter gestrudelt in den Sog hinein Richtung Erde, droht nun in die Umlaufbahn wieder einzutreten und bittet jetzt hier Heimatbasis MoneyMonkeys um Unterstützung, neue Koordinaten, neue Route, damit er wieder rausfindet aus der Misere. Das sieht zum Freitag echt bescheiden aus, was er gemacht hat, also wir hatten drüber gesprochen, erst nach oben, dann nach unten, blöd, weil würde nur darauf hinauslaufen, dass er in die 500 dann wahrscheinlich durchgeht und in die 230 auf das Gap klost und dann 150 hier noch so, wird dann schon schmale Kante, weil wenn er drunter macht, dann ist eigentlich fast schon das Spiel verloren hier erstmal aus der Erholung. Das ist jetzt nicht ganz so drastisch geworden, auf jeden Fall hat er nicht das gemacht, was wir wollten, wir wollten einen frühen Spritzer nach unten, damit er oben rauskommen kann, das hat er schon mal nicht gemacht, er hat genau das andere gemacht, das hat man aber auch beschrieben, wenn er erst nach oben macht und dann runter, hat man gesagt, ist der Bereich von 230 bis 150 hier wichtig, so dass er mal eingelaufen. Der Bereich wäre allerdings schön gewesen, zum Aufdrehen hatten wir gesagt am Freitag, eben wenn er am Vormittag kommt, dass er schön auftreten kann, er hat ihn jetzt erst zum Abend gespielt, hat dadurch natürlich die Woche jetzt zum Ausgang hin erstmal nochmal relativ negativ aussehen lassen und das ist auch in den Köpfen so angekommen, also man hat das schon deutlich wahrgenommen, wie viele, naja, ich sag mal den Montagdienstag komplett vergessen haben wir am Freitag. Ja, es hat sich einfach wieder so schwach angefühlt, es ist einfach alles nur gefallen und es hat die Leute genervt und sie sind ja so und so schon genervt und die Nerven sind strapaziert, die ganzen Aktiendepots überall scheiße aussehen, alles nur runterrutscht und rutscht und rutscht und völlig egal, was man gekauft hat, wo man was gekauft hat und wie man was gekauft hat, da gibt es nur ganz, 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 ganz wenige Titel, die da momentan noch Freude machen im Depot und deswegen sind alle ein bisschen genervt und gereizt und wenn dann natürlich das weiterfällt, dann ist es auch weiterhin nicht schön, ja. Wir sind aber noch lange nicht, glaube ich, an dem Punkt, wo das den Leuten auch richtig weh tut und wo dann auch die Kurzschlussreaktionen einsetzen, die würden dir irgendwas zustampfen und wegtreten, was sie dann später bereuen werden, das fehlt noch ein bisschen, ne, also dass Leute auch hier Hals über Kopf irgendwie ihre ganzen Depots schließen und so, das habe ich noch nicht gehört. Das hatten wir sonst nochmal an markanten Tiefs sehr oft, ne, sowohl im Corona-Tief als auch alles, was vorher immer war, egal ob das 2018 da war, das Jahr, wo es mal bis Weihnachten runterging, da hatten wir immer sowas drin, da kamen immer Leute zu uns, die dann gesagt haben, ne, sie halten es nicht mehr aus, das geht auch noch so tief und warum sollen sie jetzt noch was halten? Sie sitzen jetzt hier schon seit einem halben Jahr nur im Minus, sie wollen sich das nicht mehr angucken, sie wollen die Verluste realisieren und, naja, und dann war der Tiefpunkt gefunden, ne, ist manchmal ein böses Spiel, aber so funktioniert Börse, sie spielt mit der Psyche der Menschen, dafür ist sie da. So, also, mal zurück zum Thema, wir hatten ja hier hoch und dann runter in die 2.30, 2.30 sollte der Auftrittpunkt sein, ist es natürlich immer noch, das ist immer noch eine Unterstützung, es wird aber für den Montag jetzt relativ schwierig, ähm, das jetzt hier gedreht zu bekommen, aber nicht unmöglich, das muss man auch sagen. Ja, sollte der Montag sich jetzt hier clever anstellen und ich sag mal im Bereich um 2.30, 1.50 wirklich eine Stabilisierung kriegen, bedeutet auch, er darf auch hier reinkommen. Na, es ist auch scheißegal, was der in der Nacht macht, wenn er in der Nacht bei 11.800 steht, 11.700, weil er mit einem Abwärtsgab über das Wochenende reinkommt, dann steht er aber 8 Uhr an der 1.50, dann wird das so analysiert, wie es analysiert wurde. Ja, das bleibt dann trotzdem so geltig, ne, wenn er hier 1.50 hält und sich hier in dem Bereich jetzt aufgedreht bekommt und wieder hochdrückt, das heißt, gelb close, wenn er mit Abwärtsgab reinkommt und er macht das Gelb direkt zu, wäre das ein schöner Anfang, dann könnte er wieder hochsteigen in die, äh, was ist das hier so, 3.50 bis 3.85 rein, oder sagen wir mal 3.50 bis 4.100. Das wäre eigentlich auf der Oberseite jetzt, das wäre auf der Oberseite jetzt so eine erste Anlaufstation, ne, wo man sagen kann, ähm, das wäre mal eine Mindesterholung, ja, von dort könnte er sich nämlich auch nochmal wieder runterdrehen und weitere Tiefs machen, das wäre nicht gut, ja, ähm, wir sprechen aber erstmal ein positives Szenario durch und dann gehen wir auf das Negative, das Negative hat nämlich jetzt hier auch entsprechende Schlagkraft. Also, kriegen wir uns stabilisiert, kriegen wir uns aufgedreht, drehen uns in die 3.50 bis 4.100 rein, muss er sich dort beweisen, rechnet von dort, dass dann nochmal Gegenbewegung nach unten kommen kann, gelingt es ihm im späteren Tagesverlauf den Bereich zu überwinden, dann darf er auch wieder am Hoch hier bei 500 schnuppern und dann gilt auch das, was wir am Montag gesagt haben, Oberall 5.15 und so weiter, äh, was wir am Freitag gesagt haben, Oberall 5.15, hätte er dann erstmal wieder Chancen, hier oben rauszuarbeiten, auch rauszuarbeiten nochmal bis gut und gerne in die 600, 6.65 rein, ne, also das, das wird wichtig, da drüber, ne, schützt er sich aber bei 3.50, 4.100 einfach nur ab, wieder nach unten und dreht runter, nicht gut, nicht gut, also zu, zu, abschließen darf er sich, kurz reagieren darf er auch, aber darf er von dort nicht unbedingt dann übelst losballern halt, ne, weil sonst kann es sein, und das haben wir auch ja die letzten Mal immer mal schon mal wieder ein bisschen mit angedeutet, dass wir tatsächlich hier schon jetzt unsere, unsere Hochstehen haben, mit diesem Doppeltop da, an der 6.65 und der DAX jetzt hier in die dritte Bewegungswelle eintaucht, in die Abwärtswelle, die hat tatsächlich, die hätte dann, das ist dann das Negativste nach, ihr wisst ja, wir stellen uns in unseren Analysen nicht hin und sagen, hey, morgen wird steigen, ihr müsst alle long handeln, das findet der ein oder andere nicht toll, muss sich so einfach hinnehmen, ich finde es immer sinnvoller, so zu analysieren und mache das seitdem halt auch immer so, wir schauen uns mehrere Analysen an, einfach aus dem Grund, dass wir, weil wir sagen, wenn wir morgen sagen, wir steigen und dann steigt es nicht, dann habe ich nichts gekonnt, ja, weil dann kassierst du noch Fett Minus, wie kann ich das optimieren, wie kann ich das besser machen, ich kann immer richtig liegen in meiner Analyse, wird aber nichts werden, das klappt nicht bei mir, das klappt auch bei anderen nicht, das sollte man nicht machen, ja, so, also wie kann ich es besser machen, ich kann versuchen, anhand der Chart-Technik, anhand des historischen Verlaufs vom DAX, üblichen Gewohnheiten, Zyklen, Tageszyklen, Wochenzyklen, Monatszyklen, saisonalen Zyklen, versuchen, verschiedene Szenarien aufzustellen, die der DAX einfach oft abläuft, so, und dann stelle ich mich hin und sage, okay, das ist das eine Szenario, das ist das andere Szenario, und trade dann aber nicht, ich gehe nicht früh rein und sage, das steigt heute oder das fällt heute, und ich handel dann nicht früh, short und long, sondern ich stelle mein Szenario auf, das sagt, dann und da kann er hin, dann kann er sich da abschließen, dann kann er weiter, und dann gucke ich einfach im Tagesverlauf, was von dem, was ich besprochen habe, was von dem, was ich sehen will, macht er denn? und wenn ich sehe, hey, der macht genau das, was wir für das negative Szenario beschrieben haben, dann handel ich kein long, warum denn dann auch, dann kann er doch weiterfallen, wenn er genau das macht, was ich im bullischen Szenario beschrieben habe, dann handel ich kein short, weil das sind doch dann die Stärkeanzeichen, die wir sehen wollten, die wir haben wollten, und dann gehe ich einfach bis zu den Zielen mit, warte die Rücksetzer ab, die dann kommen an den Zonen, wie zum Beispiel, wenn ich sehe, der kommt in den Abwärtsgab rein, Kloster, das sieht super aus, sieht stabil aus, kann ich long probieren, handel das in die erste Zone rein, nehm den dort raus, warte den Rücklauf ab, stöße drüber, gehe ich wieder lang, handel in die nächste Zone rein, fertig, so würde ich rangehen, das hilft mir mehr, wie wenn ich sage, morgen fällt es bis 11.400, dann gehe ich short und er steigt, so, und dann sitze ich die ganze Zeit im Minus, na toll, habe ich da nichts gekonnt, ne, deswegen analysieren wir immer so, und aber ganz wichtig, wenn wir sehen, er macht weder das eine, noch das andere Szenario, dann ist das für mich ein Grund, nicht zu handeln, den Tag einfach nicht zu handeln, ja, weil wir machen eine Analyse für jeden Tag, es sind Tagesanalysen, es sind nicht wie auch im Premium Dienst Wochen oder Monatsanalysen, die großen Bilder gucken wir uns sehr dort an, sondern es sind Tagesanalysen, das heißt, das, was wir für den Tag besprechen, gilt auch nur für den Tag. Und das ist mir morgen scheißegal, was ich gestern gesagt habe, wenn er es nicht bedient hat, weil wir jeden Tag einfach uns komplett den Markt unterordnen, sagen, scheiß auf meine persönliche Meinung, scheiß auf das, was ich sehen will, scheiß auf das, was ich haben wollte, äh, und so weiter. Auf das, was meine Mutti haben will, auf das, was, keine Ahnung, der Friseur haben will und die besten Kumpels, es ist mir total egal, wir gucken, wie hat es sich gestern verlaufen, wir sehen, okay, Freitag ist wichtig, Unterstützung angelaufen, hat Reaktionsspielraum nach oben, im Bereich 2,30, 1,50, das heißt, stabilisiert er dort, handlich long, Punkt. Punkt, sehe ich aber, der packt es nicht, dreht sich zu dynamisch runter, bricht den Bereich nach unten, handlich short, dann macht er irgendwas dazwischen, was mir gar nicht gepasst hat und dann ist der nächste Tag, dann mache ich für den nächsten Tag das, was sich für den nächsten Tag anbietet, Punkt, ne, das ist einfach nochmal zur Herangehensweise, wie handeln wir, wie gehen wir mit einer Analyse um, so, und negative Analyse bedeutet, der Markt kann, wenn er das wirklich will und hier auch echt scheitert, bis in ein Zeitfenster, was, ja, bis in Beginn der letzten Oktoberwoche reingeht, ne, also hier so 24. Oktober, 21. Oktober hinein, hätte der DAX jetzt durchaus das Zeit- und auch Kurszielfenster im Bereich um 11.400 bis 11.200 zu erreichen? Ich sage 11.400 bis 11.200, weil wir ja hier auch schon mal ein bisschen überschossen haben vom Kursniveau, das heißt, ein bisschen überreißen wäre legitim und vom Zeitfenster waren wir hier ein bisschen schneller, es darf also auch durchaus ein bisschen schneller laufen, aber es sollte jetzt nicht hier so eintreffen. Würde der DAX jetzt hier gerade runterfallen auf 11.250, reagiert er hier noch kurz und dann macht er uns noch einen Puck nach unten, aber das wäre die Orientierungskurse, weil der Markt orientiert sich immer an vorherigen Bewegungen und das sollten wir im Hinterkopf haben. Kriegt sich unser DAX hier in dem Bereich nicht stabilisiert, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit ungemein, dass er hier das dritte Kästchen nach unten ausfüllt. Und das sind dann nicht nur Kursziele von 11.800, 11.830, sondern tatsächlich auch 11.400 bis 11.200. Das muss man so mitnehmen, das muss man im Kopf haben für den Fall, dass das positive Szenario nicht aufgeht. Ist das das Negative? Geht das Negative auch nicht komplett jetzt so auf. Können wir jeden Tag immer wieder ranfeilen, uns gucken, mitgehen und uns die Punkte holen. Für mich fühle ich mich immer noch tausendmal besser mit, wie früh um 8 eine Position reinzunehmen und dann zu sagen, okay, muss heute steigen, muss heute fallen. Aus Erfahrung kann ich mich immer mal täuschen, kann immer mal falsch liegen und so klappt das viel besser. Wenn man einfach mit dem Mitschwimmen zu lang, auch das klappt ja nicht zu 100%, aber es klappt wesentlich zuverlässiger dann, wenn ich mich in dem Muster bewege, in der Bewegung, wie der DAX typisch einfach arbeitet und dann abbreche, wenn ich merke, okay, er verlässt jetzt hier das, was ich haben will. Einfach im Minus dann die Position kurz und knapp einfach beende und aber so lange mit ihm mitschwimme, wie das gut ist. Das war ich nochmal allgemein so. Ich weiß gar nicht, warum ich so heute, es gab jetzt keinen Anlass, hat sich gerne beschwert oder so, aber hat sich heute irgendwie mal angeboten, weil es wieder wirklich, es ist halt eine extrem markante Stelle hier halt, ne, also das ist, das ist so eine Hop-oder-Top-Chance und in der Regel kommt auf sowas, wo ich sage, es kann heute schön steigen und es kann heute viel fallen, kommen immer die Leute mit, das ist eine beschissene Analyse und dabei sind es eigentlich die besten Analysen überhaupt, wenn man die Gedenke versteht, ne, weil diese wichtigen Punkte oft die Punkte sind, wo halt auch richtig Strecke weggehen kann dann in beide Richtungen und man da wirklich sehr aufmerksam sein sollte und das verkennen immer viele Leute, die stehen dann da und sagen, so eine scheiße Analyse hoch oder runter, was soll ich mir davon kaufen, ähm, deswegen da heute ein paar Minuten mehr zur Erklärung nochmal, die meisten kennen das ja, ich hoffe, ihr könnt was mit anfangen, drückt uns die Daumen für den Montag und auch dem Dax natürlich, dass er wieder in seiner Laufbahn findet hier, aber ich habe auch schöne Bilder für den Weg nach unten, also so ist es nicht, können wir wieder mit Feuer und Unfällen und, ach, Explosionen arbeiten hier, alles gut. Dann, lasst man in die Woche starten, gucken mal, was er hier aus der 2.30 bis der 1.50 zaubert, wünsche euch gutes Gelingen, viel Erfolg und dann hören wir uns morgen wieder, bis dahin, tschüss.